Die Zuschauer haben entschieden, sie haben nur fünf von euch als würdig empfunden ins Finale einzuziehen. Sie lassen einen von euch nicht weiter. Sie stoßen ihn aus der Containertür heraus. Nominierte, einer von euch wird kein Finalist sein bei Promi Big Brother 2024. Mike, du hast in meinem Container mehr erlebt, als dir lieb war. Dennoch möchtest du hierbleiben. Bisher hattest du nur Probleme mit der Ex, nicht mit der Exit-Liste. Aber wer ins Finale möchte, muss auch damit klarkommen. Sind die Fans auf deiner Seite? Ja, hoffe. Na klar. Sagt er jetzt oder wartet sie jetzt? Ja. 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 Danke. Finale. Oh mein Gott. Finale. Jochen, lange dachtest du, du hättest als Kommissar Balco deine erfolgreichste Rolle gefunden. Doch hier im Container kam eine bessere, die des Nominierten. Bisher bist du jedes Mal als Sieger hervorgegangen. Immer kann das nicht klappen oder doch? Jochen, du schaffst es. Vielleicht ins Finale. Alida, du bist eine Legende in meinem Container. Du hast es schon einmal bei mir ins Finale geschafft und es dann sogar gewonnen. Doch ein Big Brother Sieg ist nicht wie Fahrradfahren. Das hier kann man verlernen. Dann bekommst du deine zweite Chance. Alida, dich schicken die Zuschauer nicht nach Hause, sondern ins Finale. Nein, niemals. Nein. Nee, Quatsch. Nein, Max. Nein. Du bist im Finale, Mutti. Was ist denn da los? Ey, Wahnsinn. Vielen Dank. Hä? Max, selber sitzen. Max. Alter. Oh, ich kann das auch nicht mehr. Ich bin auch zu alt für sowas. Das ist wirklich, ich kann das nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Nee, ich höre das. Max. Im Jahr 2018 führte die Deutsche Fußball-Liga den Titel Spieler des Monats ein. Einer der ersten Titelträger warst du. Genau zwischen Julian Brandt und Kai Havertz. Die sind beide noch aktiv und sehr erfolgreich. Du bist hier. Du hast also alles richtig gemacht, oder? Auf jeden Fall. Max, auch du musst zittern. Das habe ich mir schon fast gedacht. Macht Sinn. Jochen und Max. Zwischen euch entscheidet es sich. Nur einen schicken die Zuschauer ins Finale. Für dich reicht es leider nicht. Verabschiede dich und verlasse mein Container. Max. Was? Alter. Oh. Verabschiedet euch von Max. Heute ist es okay. 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 Alles gut. Viel Erfolg. Viel Glück fürs Finale. Jochen. Alles Gute. Ebenso. Danke. Leute. Ciao, ciao. Meine Sachen liegen fast alle da oder in dem Ding. Alles gut. Warte mal kurz. Wo soll ich bleiben, Junge? Aber meine Shisha könnt ihr auch haben. Könnt ihr doch auch. Die sollen das mir nachschicken oder so. Leute. Ciao, ciao. Bis bald. Bleib mal hier, Alter. Lass für gehen, Mann. Lass dich mal machen. So ist das Leben. Nein, Mann. Mach mal zu, die Tür. Lass mal gehen. Bleib mal hier. Geht leider nicht. Viel Erfolg. Ich werde es mir morgen anschauen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey, Max. Hi. Servus. Schön, dich wieder zu sehen. Wir haben uns letztes Jahr beim Finale kennengelernt, weil deine Frau letztes Jahr drin war. Du bist bei uns reingegangen und hast gesagt, du willst eine bessere Platzierung als sie. Jetzt gehst du, glaube ich, mit der gleichen Platzierung, oder? Nein, keine bessere. Mindestens genauso wie sie. Das ist völlig in Ordnung. Und es war eine coole Zeit. Du warst so toll und deine Geschichten sind jetzt schon legendär. Das weiß ich nicht. Das werde ich vielleicht nachher erfahren. Alles total in Ordnung. Erst mal, was sagst du zum Heiratsantrag? Ja, Wahnsinn. Also, ich wünsche den beiden alles Gute. Ich weiß, dass er es eh irgendwann gemacht hätte. Von daher ist es doch eine schöne Sache, dass es jetzt bei Big Brother geklappt hat. Ja, finde ich auch. Du hast außerdem, du warst irgendwie ein guter Teamplayer. Du hast irgendwie viele Sachen erzählt und du warst irgendwie immer für alle da. Was glaubst du denn, wer macht denn morgen, wer macht morgen den Sieg? Wer holt ihn? Also für mich ganz klar einer von Mike oder Leyla. Bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich würde sogar auf Leyla tippen. Wir werden es sehen. Sie zu Hause entscheiden. Dich schicken wir jetzt in die Promi Big Brother Late Night. Dankeschön. Die 100.000 Euro hättest du wahrscheinlich eh irgendwo im Taxi liegen lassen. Oder im Casino. Oder so. Genau. Max Kruse, vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Und damit stehen die Finalistinnen und Finalisten von Promi Big Brother 2024 fest. Das muss natürlich gefeiert werden und deswegen hat Big Brother jetzt noch eine Überraschung im Container. Mami kommt erst morgen. Aber ich komm morgen. Mami kommt. Mami kommt morgen. Wirklich, morgen komm ich wirklich. So, Mami. Ihr Wohörer. Tagelange Strapazen im Container liegen hinter euch. Doch ihr habt es geschafft. Ihr habt euch durchgesetzt. Ihr seid die Finalisten von Promi Big Brother 2024.